Ja, ich bin gerade auf hohen Kirchen unterwegs, meine Lieben, und die Aufnahmen auf dem Kasten. Auch dir einen schönen Feiertag. Ach ne, jetzt komm schon. Eine Sache machen wir noch, morgen früh, ja, morgen früh kann man das machen, muss gerade mal kurz noch schnell im Auxi das Wetter ändern. Dankeschön. So, dann würde ich einfach mal sagen, fahren wir mal zur Stadthaltestelle. An hohen Kirchen, die RSG, klatscht die erste. Ich glaube, ich musste auch hier links jetzt noch. Warte, ehe ich mich. Drei. Alt. Alle Richtungen, ja, habe ich mir schon gedacht. Aber ich finde es auch mit der kleinen Feuerwehr da ziemlich schick, ey. Leider kann ich nicht alle Fahrer von uns auf, nicht alle auf dem Discord sind. Ja, klar, ich weiß. Mach der. Ja, der ist ja besonders so eine komische Sache da, aber das passt schon. Oh, Spedition. Oh, DAF, ey, wie kann man hier DAF setzen? Mann. Das ist wenigstens ein altes Modell, aber das neue Hänse, neues Modell hätte ich mir jetzt auch gewünscht. Ja, ist schon aus. So viel. Ach, guten Morgen. Morgen. Oh, erschreckt mich hier der Gute. Äh. Halt mich schnell und leise. Dann mach mal ganz, ganz was anderes. Ähm. Was soll ich starten? Hohenkirchen, oder? Oh, bevor ich was falsch mache. Hohenkirchen, jawohl, dann spawnen wir uns mal dahin. Ach, Dicke. Was ist denn jetzt schon wieder los? Tatsächlich? Wie geht denn das? Oh, können wir auch gerne mal nach ihm angucken. Oh, mein Ding. EFC? Ja. Wie gesagt, mal fein, dass man hier die ganzen Touren bis ich die 12.000 runter geradert habe, dann passt das dann. Ja, mal gucken. Dann passt das ja. Aber Discord hast du echt gut gemacht. So, so, so. Fällt mir. Ne, weil ich hab bis heute Nacht um einen Uhr hier gesessen. Hahaha. Und was dann? Was mit deinem RP? Einem Server. Äh, ich bin doch ausgereist. Ach so. Jetzt lasst du mir dann wieder mehr Zeit für oben sehen. In der Zahl mach ich gerade, bis, ich bin mit einer Gruppe von 20 Leuten abgedampft. Mhm. Äh, die suchen gerade einen guten RP-Server. Bis die einen gefunden haben, der was ist. Mach ich, äh, mal, warte jetzt mal einen an den Disco-Zone. Zone 101, gefällt mir auch. Schön. Aber guck mal, der Bus passt auch dazu, ne? Der Bus passt auch dazu. Also, muss ich schon sagen. Ne, der liebe Fanta hat mir schon, ähm, den Server, Discord-Server für, ähm, äh, Bright Redemption gegeben. Also für, ne? Also für, was hier Ende Oktober dann los geht. In deinem... Roleplay. Roleplay. Genau. Genau. Oh Gott. Ich als, ich... Hey Leute, ich als Cowboy, ne? Das ist wie... Also, lieber Chat, wenn ihr psychologische Hilfe braucht, ich biete euch die gerne. Ist gar kein Problem. Ähm, wenn Basie soll's aufgetan haben, äh, weißt ja. Wieso die Umwege? Oh, da fliegt er. Ja, ha, 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 ha. Und los. Hm. Ähm, ja. Ich muss mal gucken, also wie gesagt, wie das da funktioniert, was die, ähm, Funktionen, ähm, Funktionen beschäftigen, was der alles machen muss, und wie viele Stunden wir da ein bisschen rein investieren da, ne? ich glaube das normale das normale gta rp das ist ja schon so ausgelutscht wenn ich mich richtig vorsichtig ja ja kommt immer auf den server drauf an ja nein dann bist du sehr ja gut wenn es gut okay wenn es war mal eine zeit lang ausgelutscht ja aber kommt wie gesagt ja gut okay also ich meine wenn es wirklich so ist dann sage dann nehme ich das zurück ganz ehrlich aber mich hat schon halt immer cowboy dann halt doch deine klappe dass das mit der ansage da ist ja wirklich komisch alle die zeit radelt ja direkt mal hier runter was der umleitung zu dumm zum ist das ein fahrzeug von rein silbergold ja klar ein leu nein normalen für zweitürer ach so ich habe nur die einen zwingen ja hallo also wenn wir wenn wir schon auf hohen kirchen fahren da fahren wir erstmal mit unserem bus ja wie gesagt ich will ja ich scheiße eilig jetzt dein ernst dieser flenzburger konto eine die fühlte sich bei der stetig einmal klappen bitte. Hoppala. Der Mann, L-E-U. Da ist er doch. Da kann ich auch noch was fertig machen für. Da kann man auch einen aufnehmen. Äh. Nicht leasen, bitte. Nee, kaufen. Auch nicht kaufen. Also kaufen den Monat wird so ein bisschen schwer. Ja, ich habe eigentlich mit dem letzten nächsten Monat eigentlich gerechnet, wenn wir nochmal die 20.000 reinfahren, bekommen. Ich kaufe diesen Monat gar keinen Bus. Hast du gesehen, was da an Gelenkbussen steht? Ja. Ich habe wieder mehr Gelenkbus organisiert als Solo-Werfahrzeuge. Ey, das ist ein Thema, das du ökonomisch fahren willst, ey. Ja. Ja, Entschuldigung, so viele Elektrobusse gibt es noch nicht. Ah. Was soll ich denn machen? Ah ja. Den, bei den, äh, wie ist das nochmal? Den E-Zitaro von, ähm, Darius Brudel, den kann ich nicht repainten. Okay. So könnte ich schon, aber halt ohne Schriftzüge und so drauf. Weil dieses System, was der da eingeführt hat, das ist total bekloppt. Okay. Da könnte ich dir für den Arsch reden. Hallo. Na ja, komm, lass doch. So, weiter fahren. weiter fahren. Siehste, ich wäre schon in die falsche Richtung gefahren. Ich wäre jetzt in den Bahnhof gefahren. Richtig so. Boing. Gib ihm. Ah, gefällt mir aber. Geil damit. Hab ja auch ich aufgelobst. So. Haha. Ne, Leute, da will ich erstmal nächstes Mal. Wo fährst du lang? Komm, ich lass dich raus. Na gut, da fahren. Das ist einfach immer ins von Bad Tügelsdorf genommen, Alter. Ja, aber trotzdem. Boah, das steig wieder. Der fährt ja gut. Der fährt ja, das ist ja unglaublich. Jawohl, ich bin der dicke, fette Busfahrer. Wie wär's denn damit, ha? Euer ein geiler, dicker, fetter Busfahrer hier. Mit einem schönen Schwabbel vorne dran. Ihr komischen Fahrgäste dahin. Fahr ich jetzt einfach gerade aus, oder was? Ja, ja. Gerade aus und dann. Ist da jetzt, ja, klingt schon. Ach, sehr geil. Lass mal gucken. M52? Ja, weil der, ähm, was ist das eigentlich für eine Linie? Acht, neun. Wer ist die acht? Die acht, neun? Mhm. Ja, 852. Äh, ich ja. Ja, bei des Dingens, ähm, die acht ist ein Sonderzeichen. Mhm. Bei wenigstens. Du schießt ab vorhin schon Buschsteig. Ja, habe ich auch schon gemerkt. Ach, passt schon. Hau mal ab, oder? Lustig. Taktischer Convert-Look. Oh, und da fährt der Tommy. Moin. Grüße gehen erstmal raus. Da haben wir noch Zeit, da können wir noch eine Erne-Runde trennen, oder? Ja, Also, wenn wir es machen, dann machen wir es richtig, ne? Ja, definitiv. Wenn es schon reikackt ist, dann richtig. Muss sich auch lohnen. Wie ordinär, oh. Ja, muss sich auch lohnen. Ich finde aber, aber das Repaint gefällt mir. Welches? Ja, von, ähm, von dem Bus. Keine Frage. Von Thüringen. Ja, gefällt mir. Blutlos. So. Vor allem da noch die, äh, der Zug da hinten dran, da gefällt mir. es ist nehm. Saubodenlos ist, und so, der hat schwarze Fellen. Und meine Gelenkbusse, die ich gemacht hab, kriegen keinen schwarzen Felgen. Moment, 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 das sind Spezialfelgen, ne? Also, das muss man schon unterscheiden können. Was? Die schwarzen Felgen von, von uns? Nein, von uns. ja, das sind, äh, das sind Spezial-Chastin-Felgen. Ja, Schwarz, einfach und schlecht. Wow. Ja, warte, ich mach dir noch blaue Punkte drauf. Ja, voller Schnösel. Hahaha. So ein Ranziger. Ja, 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 wäre ich, wäre ich, äh, kein, kein Anteil, oder kein Firmeninhaber, der hätte gesagt, ach, so, ich kicke mal jetzt. Hahaha. So ein Ranziger. Status erlangen mit deinen 25.000 Kanalpunkten. Ach komm, ich hab 53 Abonnenten, mir fehlen nur noch für 5 Leute, die gleichzeitig jemanden Chat schreiben, damit ich diese scheiß Kanalpunkte aktivieren kann. Das ist so bodenlos. Mann. Das ist so bodenlos. Ah. Ich verzeifel schon mal. Moment. Der Stadtpark kommt mir so bekannt vor, den hatten wir doch auch im, im Städte-Dreieck, oder? Boah, ich glaub, der ist relativ gleich. Ja, wollte ich schon grad sagen. Ist so die Frage, wer wen das kopiert hat. Boah. Ist trotzdem, ist trotzdem schön. Passt trotzdem. Ah, der will nicht mit. Gut, hat er halt gelitten. Ah, und da fährt der Snake. Moin, grüße gehen auch aus. mit einem Hooper dabei. Man muss sich ein langer Zoffen machen. Kirchen fällt am Ring. Ich hatte ja die Hoffnung, dass sie von dem U-Line City noch den Elektro-Bus rausbringen. Aber wird's nicht geben. Doch, richtig. Richtig. Erst Rathaus, und dann, genau. Wir sind richtig gefahren. Nächste Haltestelle, Hohenkirchen Rathaus. Aber du hast, warte mal gleich zu dem Bus, aber du hast sehr viele Wände schleifen, muss ich sagen. Ja, an der Hallestelle. An der Hallestelle. Ja, finde ich auch schon. Ja gut, ich hoffe, dass mal wieder, wenn wir auf ein paar gescheite E-Busse rauskommen, ne? Also ich mein, Zeit wird langsam. Das Ding ist, auf dem Discord-Server von äh, wo ist das denn? Sag bloß jetzt nicht, ich hab den gelöscht. Oh, Moment. Ich hab ihn gelöscht, ich fand es nicht. Machen die jetzt nicht schwach. Morgen. Ich hab ihn gelöscht. Ich kann es nicht. Wer ist das? Achso. Äh. Ja, ist doch gut, Fargast. Richtig, aber auch schön. Gefällt mir. Ich hab, wurde auf dem Discord-Server angekündigt, dass es, ähm, den nicht geben wird. Oh, schade. Wegen Egel-Vorfall in der Community wieder. Also ganz ehrlich, dann sollte ich lieber einer von dem Modder dran setzen, wieder so ein schönes Gesamtpaket raussetzen, rausbringen und bin dankbar dafür. Fertig. Jetzt eigentlich nur eins machen, äh, jetzt warten, dass du vielleicht so einer sagt, okay, mach das. Was ist denn hier passiert? Na ja, wir sind ja keine Gaffer, ne? Äh, haben sie das Auto zersetzt, oder was? Hahaha. Haben unsere Party-People auf den Dorf nicht fahren können? eine 30er-Zone auch hier, oder 30. Junge, Junge. Gut, dass der Bus einen Tempomat hat, kann man fußvoll sein. Keine Ahnung. Die weiß doch, dass heute Feiertag ist. so, haben wir also eins, eins hat die Karte auf jeden Fall, die hält dich voll auf Konzentration, und so viel, so viel Wendeschleifen, wie du da hast. Da musst du wirklich aufpassen, wie du fährst. Was gut ist. Ich höre, wie, äh, wo du gebliebt, wo du teilweise geradeaus fährst. Ein Fahrschein, bitte. Und links, rechts, abwienst. Nein, äh, was ich, ja, oder vor allem, wo du, ähm, was soll ich sagen. Ah, es fällt. Kollege. Bussteig 1, weiß nicht, wie es so aussieht. Geil, also wenn sie das ganze Gebiet auch noch irgendwie auf einer anderen Karte mitnutzen würden, ja, mit so, mit solchen Bus, Bussteigs, ne, das ist, das ist richtig cool. No. Dann passt es. Ah, wir stehen ja richtig perfekt. Und auch hier nochmal. Foto. Also die gefällt mir, die Karte. Das gefällt mir richtig gut. So, ab vor Ort. Die hält ich wirklich auf Konzentration. Aber der Pauseplatz ist auch gut. Rewe. Ja, guck mal. Also wenn sie Denk zum Laufen bekommen hier, den darf, das ist richtig cool. Den gibt es schon als, äh, KI. Ja. Was haben wir hier? Okay. Aber ich finde es auch wie eine Baustelle geil. Ich bin nur gar nicht auf der Karte gefahren. Ein, ein Slalom, ja. Komm, Leute, schauen wir uns mal an. Oh ja, Platz hat er mal. Wir können's, ja. So. Dann machen wir mal Knallgas. Dann passt das. Dann passt das. Nimm die Karte mit rüber. Passt. Also das Hohenkirchen ist nicht schlecht. Nicht schlecht. Naja, da, da. Mein Gott. Müsst du nur noch umschalten. Meine Gebete wurden erhört. Wie cool. Da soll ich jetzt reinfahren, aber was. Ja, hab ich mir schon gedacht, dass... Hallo. Manfred, Manfred geht einfach mal durch. Manfred, kannst du ja auch. Jani ist auch mal unterwegs. Dein Huber an dich. Ah, das darf ich nur noch 50 fahren. Ah, wenn das ein Träger ist, ein Panzertraktor da. So. 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 Stellen wir mal ob ich auf die 80 drauf die straßen sind ja auch immer sehr schick aus naja da machen wir uns für die richtigen busprofis wir schneiden einfach die kurve ha 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 und los eine rechts links schikane schön sehr geehrte fahrgäste ich darf sie hässlich zum milkshake begrüßen fühlen sie sich wohl dann könnten wir weitermachen vielen dank für ihr shake was für ein flachwitz mein gott war der scheiße da rutscht einem schon die schlappe weg hast du auch schon mal bessere gebracht oh mein gott los hier Bruder, los hier So Boah, da hat er ja richtig ganz schön zu kämpfen, ey Dafür, dass du hier 60 fahren kannst, merke ich es aber ganz schön am Lenkrad, ey Das ist alles ganz schön vibriert Aber ich muss sagen, echt schöne Abwechslung, ey, also Ich vermute jetzt erst mal links fahren, ne? Ja, Gabelstein Ja, du musst erst links und dann fährst du da raus Das weiß ich auch, warum sie den M1 genommen haben Der Pat ist besser hier Ne Stell dir mal vor, du hast aber dann so ein Fahrzeug oder so ein Bus, ja Der liegt so hart auf der Straße wie so ein Brett, ey Wie gestern mit diesen, da wird ja noch ein Iveco mitgeliefert, ne? Ja, genau Da bin ich gestern mit gefahren Boah, liegt das Ding auf der Straße Der hat eine Beschleunigung, da wird hier schlecht bei Der könnte hier austicken So langsam Boah Er schaltet ja gar nicht und wenn er dann schaltet, dann geht er ab Oh, keiner will mitfahren Wow, keiner will mitfahren Das ist gut Habe ich hier was richtig gemacht Aber ich glaube, meine Fahrkünste werden dann hier auf 40% gehen, ey Ja, ey, wir wussten schon immer, dass du keinen Bus fahren kannst Das ist doch nix Neues Ah, dankeschön Kein Problem, heute gerade, das ist der beschisste Plan So Alter, Fall, da alles gleich Jawoll Alter, wie schreck geht denn das hier hoch, ey Oh, geil, Angebot Pauseplatz Haben wir zwei gefunden Ah, der Wässer war richtig Morgen Der Wässer war richtig schön durchgeschüttelt Das kann ich dir auf jeden Fall mal sagen, ey Also hätte ich jetzt nicht gedacht Dann bist du richtig gefordert auf der Web Ja Die ist bodenlos krank Na gut, ich gebe jetzt mal kein Gas Lass ihn einfach jetzt noch rollen In Urbahn haben wir auch im Getrieb stehen Hoppla Alter, Alter, Falter Und wir sind immer noch pünktlich unterwegs, ey Aber ganz ehrlich, der hat den Gelenkbus, den wir vorhin da gesehen haben Dann hätte ich gerne noch ein bisschen anders da Also der wäre hier mit dem Bus-Paket, was wir jetzt haben, mit dem C2 besser geliefert gewesen Vom Sound her oder was? Aber du kannst sagen, also ich finde sie schön schön weltlich, so wie Thüringen halt ist Was gefällt, was gefällt mir Die Karte ist unbedingt mal gut geworden Also Vor allem, ich habe hier 30 FPS durchgängig Flüssig vor allem So wie ich gerne eine Karte haben will Boah, ehrlich jetzt? Salomon auf den Ohren Schatz, lacht nicht Meine Freundin steht gerade hinter dem Bildschirm Ja, und lacht mich gerade aus, ey Schatz, du bist gemein, weißt du das? Warte ab, ey Warte ab, wenn wir gleich frühstücken Warte ab, wenn wir kein Zeugen dabei sind Ja, genau Jawohl, ich will wissen, wo die Grenzen sind Oh, da kommt ein Solo entgegen Ah, ne Moin Schade, dass der M1 auch nicht mehr als Gelenkvariante mitgeliefert wird mit dem Repaint Ja Das wäre, das wäre, das sieht bestimmt richtig nice aus Kannst du noch hier den Bremer da rein machen? Bestimmt, ey Die Rotzkarre Achso, der Bremer ist doch nicht schlecht Boah, ich hasse dieses Gepiepe bei dem Tal Für jede Scheiße, die du da machst, piept das Ding, ey Oh, ich finde das so bodenlos ätzend Klar Sag ja, es piept ja Piep, 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 piep Der war bodenlos scheiße Sag dir ja nicht, wie es ist Der war einfach Der war sowas von unter der Gürtel Oh Langsam, langsam, langsam Geblitzen, nicht blitzen Ja, jetzt sag ich's dann den Blitzer So, der reine Silvercore-Discord-Server zeigt doch an, wenn du ein YouTube-Video hochlebst Oh, okay Dankeschön Ist auch nicht schlecht Danke dir Ich guck, wenn der hat mich mehr ziehen, so wie der ausgesehen hat Da kommt, 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 meckert Ich weiß, es war ja schon mit dem Hinterrad auf dem Randstein und dann meckert da nicht Und bei mir meckert die für jede Scheiße, die ich da mache Ich bin wesentlich sanfter, aber zu Bei mir haben sie auch eine höhere Toleranzschwelle als bei dir Bei mir sind sie halt ein gutes Fahren gewöhnt Bei mir klatschen sie auch Ich bin ein Träum, Junge Ich bin ein Träum, Mann Ah, wir kommen jetzt langsam zum Wangenbach Road Ja, mein, der im RP einen Spieler erzählt, nachdem ich ihn festgenommen habe und ins SG gesteckt habe Bei dir klatscht es gleich zweimal Bei dir klatscht es, aber kein Beifall Ja, Dankeschön, Manu Vielen, vielen Dank Das haben wir es auf der Aufnahme Da haben wir einen anderen Häftlinge reingebracht Was macht er, kommt denn erstmal fett um im SG Der Kevin, Grüße Und viel Spaß bei der Tour Ah, ja, meine Freundin hat Hunger Jetzt muss ich was zu essen machen Nö, wir wollten ja noch gemeinsam Frühstück Was für irgendwer schon dann Selbstverpflegung Ah, also Selbstverpflegung, dann sitze ich gar nicht mehr da Hör auf zu lachen da drüben, sonst komme ich da gleich wieder an der Fahrt drüber Ich bin den Krab nicht Ah Oh, nehm mal groß die Fresse Pass auf, nicht, dass sie irgendwer sagt, ich schmeiße deine Tastatur aus dem Fenster Meine beste Freundin, nimm mal einen Moment mit meiner Tastatur Will immer mal ein Tastatur aus dem Fenster werfen Ah, woher das da kommt, also Letztens habe ich zu ihr gesagt, ich will mich manchmal nicht mit dir zusammen Oh, ein VW-Werk Wart euch etwas für dich Da kam nur so Das stimmt doch gar nicht, so schlimm bin ich gar nicht Alter, Alter, das war jetzt gemein Wow Sag mal Alter, mich ist eigentlich verpiepen Nee Ups Nächste Haltestelle Wangenbach, Karawanenstraße Hallo So Man könnte meinen, als würde man gerade die, äh, wie im Bahnhof da abklappern, ne Schienen Ersatzverkehr fast Och nein, 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 jetzt fahr ich schon an die falsche Straße rein So bestimmt Guck mal, da steht 2 Obwohl ich einen Rallye-Gang drin hab Oh mein Gott, ey Fahr die Linie mal durchgehend im Rückwärtsgang War da was Geiles Das haben wir letztens gemacht in GTA-RP Da ist unsere Corvette im Rückwärtsgang schneller gefahren als im Vorwärtsgang Da sind wir einfach ein ganzes Tag Streife rückwärts gefahren Ach dein Lieb Die Leute haben uns für bescheuert erklärt Allerdings nur, wenn wir keinen Einsatz hatten Wenn wir einen Einsatz hatten, zack, das Vega immer rumgedreht und abfahren Dann ging es aber auch richtig hier Die Skow obendrauf an und dann Sirene und dann gehen wir Na klar, wie steht Morgen Hallo Oder 40 kmh schnell geworden Danke Das ist toll Alter, Falter Heißt das, wir kriegen jetzt gleich hier noch einen Zug Wer ist nicht schlecht, ne? Wenn der Zug kommt, einen direkten Übergang Ach so Ist ja So viele Halle-Stelle sind es ja gar nicht mehr Perfekt Fahr mal durch So, perfekt Aber ich muss sagen, die hat es ganz schön in sich Klammer auf die Abrechnung gespannt Was das hier ist, das ist ein Bus, ja? Das nennt man ein ÖPNV-Mittel dahin Soll ich noch hochnäsig werden? Dann können sie gleich aussteigen Wenn Sascha der Lokführer ist, kannst lange warten Der Zug hat dann Verspätung Das ist wirklich nicht schlecht, ey Oh, was hab ich denn jetzt gemacht? Ja egal, was musst du gemacht haben Boah, Alter Ich werde verschießen, Alter Scheiße Bleib gleich richtig fett auf die Karre drauf Sascha bescheißt hierhin Wo er kann Ne, ne, mach's Jetzt guck ich auf die Karre drauf Mach was anderes Loco Pack den Scheiß auf, wenn wir gleich da drauf Und WhatsApp den Der, der, der beschießt auf der Straße Barthalo 181 Ist das nicht lieb? Er fährt Er fährt Er bremst Er beschießt Das Ges... Das Logo Das Logo Gesicht des Barthalo Voll beschiss Voll der Dreck Weg damit Nächste Haltestelle Wangenbach Gotahstraße Endhaltestelle Bitte alle aussteigen So Jawohl Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, ey Das Logo Haltestelle Haltestelle